Am Samstagsnachmittag fand der Senioren- und Kinderfasching des Zungerhäuser Karnevalsclubs SCC Grün-Weiß-93 e.V. im Hausterkunst statt. Einige Schlipselchen des Programms haben wir aufgezeichnet und viel Spaß beim Zusehen. Wir begrüßen die grün-weiße Nahrungskau mit einem eiferen Sommerhausen! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sommerhausen! 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 Happy Birthday! Sommerhausen! Ja, lieben und liebe Werken, wenn du sie den Nick entonces electromagnetzeigen ... Liebe Damen und Herren, ich begrüße euch zum DCA-Kannabey hier im Haus der Kunden mit einem einfachen Sonntaghausen. Ja, ihr seid nicht hierher gekommen, um ihre Reden zu hören, sondern ihr wollt tüchtig mit uns feiern. Und wir wollen euch gleich unser Brittenpaar, der DCA-Saison, vorstellen. Zunächst darf ich den Kinderbritten bitten. Nein, Brittenpaar ist hier vorgestellt. Bitte schön. Wir begrüßen Prinz René II. mit seiner Lieblichkeitsprinzessin Anna-Sophie I. Und im Abendprogramm im nächsten Jahr wirken für uns als Prinzenpaar Prinz Thomas III. Hallo! Mit seiner Lieblichkeitsprinzessin Kerstin I. Willkommen um Wissenskopf zu überprüfen. Mit seiner Lieblichkeitsprinzessin César Im Einfluss-Platt-Schrei – Die Lieblichkeitsprinzessin I. Im Gelschel – Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018